In jedem Leben eines Menschen kommt es manchmal zu dem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Zwischen Dingen, die dir wichtig sind und solchen, die du nur aus gesellschaftlicher Verpflichtung tust. Man erwartet von dir was, das ist per se auch nichts Schlechtes, aber manchmal ist das Leben halt verstrickt. Und wenn Verantwortungsgefühl sich nicht vereinbaren lässt mit Lust, gerät man schnell in einen Gewissenskonflikt. Wie in dem Falle eines Freundes, der irgendwann bemerkte, um herauszufinden, wer du wirklich bist, musst du Geschichte und Kultur des eigenen Landes besser kennen, selbst wenn sie noch so dunkel ist. So beschloss er eines Tages einen Ausflug dann zu machen mit Familie ins nachbarliche Polen, um alles das, was er bis jetzt an Aufarbeitung hat versäumt, endlich einmal nachzuholen. Und so wurde diese Reise sehr gewissenhaft geplant ins Vernichtungslager Auschwitz. Mit dem neuen Ford Escort und mit der Gattin an der Seite und den Kindern auf dem Rücksitz. Jedoch was mein guter Freund bei all dem Trubel ganz vergaß, war das just an jenem Tage. Das Endspiel war der Fußball-Weltmeisterschaft. Und da stellt sich natürlich die Frage, Fußball oder Ausflug nach Auschwitz? Fußball oder Ausflug nach Auschwitz? Die Entscheidung, sie liegt doch nicht gerade auf der Hand. Und es kam, wie's kommen musste, unser Freund konnte die Reise leider nicht mehr verschieben. So fuhr man also los an diesem Sonntag im Juli, er wär so gern daheim geblieben. Jedoch hat er im Gepäck ein kleines Kofferradio, ein Bekannter hat's empfohlen. Denn das Endspiel zu verpassen, das geht selbstverständlich nicht. Spielt doch Deutschland gegen Polen. Sie kommen genau an, als gerade angestoßen wird. Gott sei Dank hat er das Radio dabei. Die Stimmung ist gespannt und sie gehen durch das Tor mit der Aufschrift Arbeit macht frei. In der 15. Minute dann der erste deutsche Angriff, ein Schuss aus 20 Meter oder mehr. Und schon stand's 1 zum Wohl für Deutschland, aber jubeln darf er nicht. Weil das jetzt wirklich Pietätlos wär. Fußball oder Ausflug nach Auschwitz. Fußball oder Ausflug nach Auschwitz. Fußball oder Ausflug nach Auschwitz. Was ist wichtiger für unser Land? Oh, sign this for baby, please. Fußball oder Ausflug nach Auschwitz. Fußball oder Ausflug nach Auschwitz. Fußball oder Ausflug nach Auschwitz. Die Entscheidung, sie liegt doch nicht gerade auf der Hand. Fußball oder Auschwitz. Genau 105 Minuten hat der Aufenthalt gedauert, weil dann war das Endspiel nämlich aus Es reicht für einen Eindruck dieses denkwürdigen Orts, man stieg ins Auto und fuhr wieder nach Haus Endstand 5 zu 1 für Deutschland, wer hätte das gedacht, die Stimmung auf der Heimfahrt eskaliert Und eines, das ist klar, dass diesen Ausflug nach Auschwitz unser Freund sicher nie mehr vergessen wird